Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In der letzten Folge haben wir hier fleißig auf Crown Falls ausgebaut und dadurch hier unsere ersten Investoren, naja, nicht mehr unsere ersten Investoren, sondern schon einige unserer Investoren, die wir auch noch länger haben werden, hier angesiedelt. Und es sind mittlerweile schon einige, die sind aber noch nicht besonders gut versorgt. Und wir werden uns heute mal ein bisschen angucken, was wir mit unserer Schokolade hier machen. Ich habe vor, das Ganze wieder ein bisschen runter zu regeln von der Geschwindigkeit, die ich hier durchgehe. Das geht mir nämlich manchmal selber viel, viel zu schnell, was wir hier irgendwie in einer Folge alles abreißen. Und deshalb möchte ich das gerne alles ein bisschen langsamer machen. Oh, und ich sehe gerade, wir sind hier nicht mal... Moment, in welche müssen wir denn? Gewöhnliche Samen? Nein, wir müssen in fortschrittliche Werkzeuge. Da müssen wir uns jetzt aber mal schnell noch so ein bisschen was an Schnaps besorgen irgendwie. Haben wir hier gerade irgendwo ein Schiff, was freist? Ah ja, guck mal hier. Du kannst doch mal kurz abdrehen Richtung Legends City. Ah ja, das wird aber glaube ich nichts mehr, ne? Ich glaube nicht, dass das noch rechtzeitig was wird. Schnell ausladen, zack. Dann kann das weiter auf seine Route. Dann müssen wir jetzt mal kurz hoffen, dass das jetzt noch reicht, die 30 Sekunden, um hier ein bisschen was an Schnaps reinzubringen. Daumen drücken heißt es. Wobei, nee, Vorbereitungszeit ist ja... Nee, Moment, Vorbereitungszeit läuft. Jawoll! Guck mal, bis auf 5 Sekunden hat es gerade so gereicht, um fortschrittliche Werkzeuge dann noch zu erreichen. Okay, das war knapp, hat aber ja gereicht, wie gerade schon gesagt. Also, wir werden uns heute mal ein bisschen Schokolade angucken. Denn ich glaube, unsere Schokolade dürfte nicht mehr ausreichen, die wir hier produzieren, um das alles auszuhalten. Gucken wir es uns doch einfach mal an. Weltweit haben wir einen Bedarf jetzt aktuell an Schokolade. Der liegt bei 81, den decken wir tatsächlich noch gut. Okay, und das kommt alles von hier unten. Kommt das alles von... Ah, man muss natürlich erstmal in die richtige Welt, damit ich Weeks Corner überhaupt finde. 87 müssten das dann hier sein. Hier kommen 85, dieser 87 kommen hierher. Jetzt ist hier die Frage, wo die zwei anderen herkommen. Schokolade. Das wäre noch interessant, wenn man das direkt nachvollziehen könnte. Wahrscheinlich kommen die aber irgendwo aus der alten Welt. Wahrscheinlich, genau, Plebs Residence, habe ich mir tatsächlich gedacht. Weil da haben wir unsere Bäckereien stehen. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür. Aber dann müssen wir ja tatsächlich bei den Schokoladen erstmal nicht nachsetzen weiter. Das ist natürlich eine coole Sache. Das bedeutet ja eigentlich auch, dass hier unten Schokolade auf jeden Fall, und hier können wir mal wieder ein Hospital abreißen, hier unten Schokolade auf jeden Fall am Start sein müsste. Und das ist es auch definitiv. Das bedeutet, wir brauchen eigentlich nur noch eine eigene Handelsroute, um das ans Cup zu liefern. Denn wir haben hier eine für Legends City, und dann haben wir hier noch eine, die von Plebs Residence Schokolade wegfährt. Okay, alles klar. Aber ich glaube, sechs Schiffe sind hier tatsächlich ein bisschen viel drauf, kann das sein. Warte mal. Machen wir mal ein bisschen langsamer. Da oben fährt noch ein Schokoladenschiff. Das würde ich mir mal kurz gerne angucken. Ne, das fährt tatsächlich voll geladen. Okay, gut. Dann soll das auch erstmal nicht weiter schlimm sein. Und wir machen uns hier mal eine eigene Handelsroute, die sich hier mal Schokolade schnappt. Natürlich auch ein bisschen mehr Schokolade. Einmal bitte komplett voll machen. Und das Ganze dann rüber an den Cup fährt. Genauer gesagt, da direkt nach Crown Falls. Und das ist dann 2W nach 1, nein, nach 3 Crown Falls mit Schokolade. Aber ich würde sagen, da gehen wir auch mal positiv mit um und sagen, wir setzen da direkt noch ein zweites Schiff mit drauf. Hier, Katago setzen wir da noch mit drauf. Und dann sollten wir uns aber auch mal anschauen, dass wir da, wir hatten jetzt sechs, ne? Ja, sechs. Wunderbar. Dass wir auch auf die natürlich noch, weil die fahren ja jetzt auch wieder längere Routen, dass wir uns nach Crown Falls vielleicht einfach mal hier unsere ganzen Handelsitems holen. Und zwei von denen schicken wir direkt mal noch runter in die neue Welt. Die könnten wir da wahrscheinlich gut gebrauchen. Also ich rede von Händlerin und Kaufmann, dass wir die eben auch auf möglichen Schiffen haben. Und die dann einfach sehr, sehr schnell austauschen können im Cup. Denn im Cup wird jetzt das meiste davon abgehen. So, wir packen die so ein. Dann haben wir die einmal voll rüber ins Cup, bitte. Und dann packen wir das andersrum auch einmal ein. Und dann können die auch einmal rüber ins Cup fahren. Wunderbar. Das heißt, Schokolade können wir jetzt theoretisch schon mal streichen und können sagen, alles klar, Schokolade ist erledigt. Und damit können wir dann auch am Cup sagen, wir öffnen hiermit die Schokolade für den Verbrauch für unsere normalen Leute. Und dann gucken wir doch mal weiter. Zigarren könnten wir beispielsweise gucken. Was ich aber gerne vorher noch gucken würde, wäre unsere Clubhäuser, beziehungsweise erstmal ein Clubhaus. Und dann können wir mal weiterschauen. Das deckt nämlich schon einen relativ guten Bereich ab. Aber hier hinten sollte man dann nochmal mit einem um die Ecke kommen. Aber das ist ja auf jeden Fall Zukunftsmusik hier. Beziehungsweise wir setzen es schon mal hin, damit wir hier auch alle gut versorgt haben mit dem Clubhaus. Wunderbar. Also wir sorgen jetzt nach und nach für die richtige Versorgung. Jetzt würde ich sagen, gucken wir mal mit Zigarren. Gehen wir mal runter in die neue Welt und schauen uns doch mal hier unsere Zigarrenproduktion an. Wie es denn hier so läuft. Gehen wir auf die Zigarren. So und dann weltweit haben wir einen höheren Bedarf als unsere Produktion. Und wir werden ja generell eher natürlich noch mehr gebrauchen. So. Das bedeutet, dass wir hier natürlich ausbauen müssen unsere Produktion. Und die ist nicht gut platziert. Bin ich ehrlich. Die steht hier irgendwie zwischen Tür und Angel und wir kommen nicht mehr in die Richtung weiter und und. Die Frage ist natürlich, hier könnten wir zum Beispiel besser hin. Dann könnten wir uns hier noch die unterste Linie an aktuellen Einwohnern sparen. Denn die brauchen wir ja aktuell definitiv nicht. So. So. Dann sind die jetzt mal kurz abgeschnitten. Dann setzen wir auch unseren Zoo noch ein bisschen höher. Und dann werden auch unsere Schienen noch ein bisschen verlegt. Die führen dann nämlich direkt hier lang. Und gehen dann hier wieder runter. So. Und hier diesen Schritt auch noch. Dann können wir uns nämlich hier ein bisschen Platz freiräumen, um da dann unsere Produktion mal hinzubauen. Denn hier diese Waldproduktion, die brauchen wir definitiv nicht mehr. Wir haben ja unsere sehr, sehr gut ausreichende Produktion jetzt mittlerweile. So. Und dann müssen wir jetzt mal kurz gucken, wie wir hier jetzt mit den Straßen am besten mal weitermachen. Hier haben wir natürlich irgendwie, das sieht ein bisschen dumm aus, wie wir das jetzt bisher gemacht haben. Da würde ich jetzt sagen, wir haben ja auch das Zeug jetzt. Wir gehen hier einfach einmal straight mit einer ganz normalen Steinstraße lang. Und schließen das Ganze dann hier rüber so an. Und hier würden wir dann nochmal schauen. Dann würden wir vielleicht diesen Weg mal hier unten lang führen. Und hier rüber anschließen. Dann könnten wir uns nämlich auch diesen Weg hier sparen. Und könnten die hier wieder ein bisschen schöner reinsetzen. beziehungsweise wir könnten die auch hier einfach reinsetzen. Es würde uns jetzt ganz gut kommen, glaube ich, wenn wir es so machen würden. Könnte man nämlich auch einmal hier rum einfach alles anschließen. Und dann haben wir hier eine volle Verbindung mit allen. Und das machen wir auch direkt mal aus Stein, um die Verbindung eben sicherzustellen. So. Was wir jetzt abreißen können, ist das hier und das hier. Und dann würde ich sagen, setzen wir einfach mal die Polizeistation und die Feuerwehrstation wieder in die Stadt. Ich glaube, da kamen sie jetzt auch her. Und dann würde ich genauso sagen, dass wir hier vielleicht an dieser Strecke hier unseren Weg lang verlegen, der das noch verbindet. So. Und damit haben wir wieder eine normale Verbindung. Okay. Und dann würde ich jetzt einmal gucken, dass wir hier unsere Zigarrenproduktion hinbauen. Wie wir die jetzt richtig effizient bauen, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Müssen wir einfach ein bisschen ausprobieren, wie wir die am besten hier reinkriegen. Und hier werden wir wahrscheinlich niemanden mehr reinkriegen, genau. Das wundert mich aber auch kein bisschen. Dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal nach ganz außen und gucken, wie weit nach außen. Wir kommen so weit. Okay. Und dann brauchen wir auch hier noch einen Weg lang. Und dann gehen wir hier noch mal so schließen hier an und dann kriegen wir hier auch noch schön ein Lagerhäuslein bzw. zwei Lagerhäuslein rein, die wir auch direkt natürlich durchziehen. Und dann setzen wir hier noch unsere zwei Feuerwehren mit rein, die sich hier ganz gut einfügen. Also der eine zumindest, der hier auch wunderbar. Warum sagt ihr jetzt kein Lagerhaus in Reichweite? Wie weit willst du denn nur gehen, Meter? Entschuldige mal bitte. Du hast ja wohl ein Lagerhaus in der Nähe. Fehlende Waren. Da müssen wir vielleicht gleich mal gucken, ob wir denn genug Waren haben. Ich würde jetzt aber mal davon ausgehen, da wäre auch Tabak produzieren wie sonst was. Tabak ist hier. Wow. Okay. Warte mal. Tabak haben wir ein Problem mit. Hier ist kein Tabak mehr. Hier müsste aber noch gut was an. Hier ist auch kein Tabak mehr. Okay, dann müssen wir gleich nochmal mit unserer Tabakproduktion gucken. Hier haben wir zum Beispiel noch Tabak. Und hier hinten haben wir auch noch Tabak. Müssen wir mal schauen, ob das ausreicht. Und im Zweifelsfall so ein, zwei Abfallruten noch mit rein machen. Weil wenn wir Tabak natürlich so nebenbei produzieren, ist natürlich eine coole Sache. Dass der jetzt hier nicht will, das finde ich jetzt tatsächlich famos. Also ich finde es nicht so famos, aber ich finde es tatsächlich sehr komisch. Denn eigentlich sollte der sich mal nicht so beschweren. Vielleicht könnten wir aber, wenn wir uns hier das ein bisschen sparen, vielleicht kriegen wir das passend hin, dass wir das irgendwie hinkriegen. Also mein Plan wäre jetzt quasi hier noch ein Lagerhaus reinzukriegen, indem wir hier unsere Schienen ein bisschen umbauen an der Stelle. So, für ein Lagerhaus bräuchten wir den Platz. Damit würden wir da hinten schon nicht mehr hinkommen. Das heißt, hier würden wir einmal umplanen, würden die Boxarena nach innen rücken und die hier nach außen, die Kapelle. Dann könnten wir uns den Platz nämlich ohne Probleme nehmen. Und könnten dann, dann würde hier nämlich die Schiene einmal hier drin lang verlaufen. Und dann müssten wir auch gar nicht hier irgendwie den Weg noch so stark abreißen. So, und die würde dann einen weiter drinnen lang verlaufen. So, und dann kriegen wir hier auch noch ein Lagerhaus ohne Probleme rein. Ja, wunderschön. Da könnten wir sogar überlegen, ob wir, genau, ob wir hier nochmal rangehen und hier nochmal ein bisschen justieren, dass wir sagen, wir wollen hier trotzdem noch einen normalen Weg rumführen. Dann könnten wir sagen, wir gehen hier so und einmal hier rum und dann gehen wir einmal diesen Weg hier. Und dann können wir hier diese Verbindungen, die wir jetzt gerade eher zufällig gezogen haben, nochmal absichtlich machen. Und dann sieht das auch ein bisschen fancier hier nochmal aus. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, hier ein bisschen Weg lang zu führen. Dadurch die, äh, die liebe Kapelle natürlich auch besser anzuschließen. Und ich sehe gerade da hinten, oh Gott, wir haben die Zeitung vergessen. Eieiei, gut, dass wir hier nicht gerade auf Dreifachgeschwindigkeit laufen, sonst wäre das Ding schon längst wieder weg. Und dann geht das Ding raus. Ähm, da hinten haben wir gar keine Kirsche mehr, also keine Kapelle mehr, die versorgt. Da setzen wir doch nochmal was dazu. Hier gibt es jetzt fehlende Waren, genau. Da werden wir uns gleich noch ein bisschen intensiver mal mit beschäftigen, nachdem wir hier ausgebaut haben. So, jetzt schauen wir uns doch mal an, was wir hier für jetzt brauchen. Was haben wir hier für einen Bedarf an Tabak? Wir haben einen Bedarf von 34 und wir produzieren hier 15. Was haben wir insgesamt für eine Produktion von 34 tatsächlich? Okay, aber hinten schläft die Produktion natürlich hier, ne? Oh, oh mein Gott, hier ist auch ein bisschen was kaputt gegangen. Ähm, da müssen wir nochmal ein bisschen Stahl ranschaffen. Zum Glück haben wir hier noch Stahl. Und hier haben wir auch direkt unser Luftschiff stehen. Das heißt, wir können da nochmal ein bisschen was ranbringen. Ähm, wenn wir, brauchen wir noch irgendwas anderes außer Stahl? Den Rest haben wir wahrscheinlich, ne? Ja, fehlt nur Stahl. Okay, dann laden wir hier einmal 50 Tonnen Stahl ein und fliegen das einmal hier rüber. Und dann müssen wir hier gleich mal ein bisschen schauen, wie wir damit umgehen. Denn wir produzieren hier drüben, was produzieren wir hier auf dem nächsten an Tabak? Wir produzieren hier nur vier Tabak tatsächlich. Ich hätte gedacht, wir produzieren hier mehr Tabak über die hier, oder? Ah, hier, da produziert extra Tabak. Gut, wir haben hier jetzt auch nicht super viele, ne? Aber es reicht halt locker aus aktuell. Ähm, jetzt gehen wir wieder auf eins runter. Wir wollen jetzt gerade mal nicht so schnell machen. So, den Tankhof bauen wir wieder auf. Dann kann das hier auch schon wieder abgehen gleich. Okay, hier haben wir noch eine Einwohneraufgabe. Eine Fotografieaufgabe können wir gerne machen. Dann machen wir schnell ein Foto davon. Zack, wunderbar. Geben das natürlich auch direkt ab und bekommen dafür dann hoffentlich auch was Schönes von dir, ne? Ich hoffe auch, was sehr Schönes. Ein Alpaka. Coole Sache. Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, also wir haben hier eine Produktion an Tabak, die aber auch bei weitem nicht ausreicht. So, das bedeutet eigentlich, dass wir nochmal ein bisschen Tabak selber anbauen müssen. Und da sollten wir uns jetzt natürlich mal Gedanken machen, wie wir das am besten machen. Ähm, wir hätten beispielsweise die Möglichkeit, hier den Platz noch auszunutzen, ähm, den wir hier jetzt gerade haben. Hier ist natürlich jetzt ein kleines Wirrwarr mit unseren Schienen. Da müssen wir noch gucken, wie wir damit umgehen. Und ich muss mal kurz an die Tür. So, da bin ich dann auch schon wieder zurück. Und jetzt ist hier N direkt enttäuscht. Hm. Hoffen wir mal, dass in der Diplomatie nichts falsch gelaufen ist. Ne, das sieht noch gut aus. Äußerst gering. Ein Versuch ist es wert. Er lehnt direkt ab. Schade eigentlich. Hm. Oh, und George Smith kauft wieder Anteile hier ein. Hm. Der hat schon wieder einen großen Teil hier gekauft. Und da müssen wir wirklich mal ein bisschen mehr drauf aufpassen, dass uns das hier nicht passiert. Hm. Ja gut, das Problem auf den Routen gibt, ist nichts Neues. Aber sonst sieht es hier bei unseren Inseln, ach, da ist keine Insel von uns, Inseln, doch noch ganz gut aus, glaube ich. Okay. Hier die zwei Schiffe schicken wir jetzt mal nach Crown Falls. Und das Schiff lassen wir kurz warten mit der Schokolade. Denn da können wir dann jetzt noch die Items mit reintun, die wir gerade da hingeschafft haben. Und ich muss mal kurz ein Schlückchen trinken. Und schon kann es weitergehen. Gerade wenn es warm ist, wobei es jetzt die letzten Tage wieder ein bisschen entspannter ist als sonst, müsst ihr immer genug trinken, ne? Nicht vergessen. Okay, da kommen unsere zwei Schiffchen. Das sind sie doch, oder? Ja. Und dann können wir die direkt einmal zu unserem Schokoladenschiff parken. und können sagen, hier, nimm doch, oh mein Gott, jetzt werden die hier gerade weggetränkt. Nimm doch bitte einmal den Kaufmann mit und nimm doch bitte einmal die Händlerin mit. Dann kann es für dich weitergehen. Okay. Wir laden die restlichen hier aus, genauso wie die, die hier noch in den Slots drin waren. Denn diese Schiffe hier werden keine großen Handelsschiffe, sondern die werden relativ viel hier einfach wechseln. So, das wird ausgeladen. Was haben wir hier noch? Haben wir hier noch irgendwo was? Hier haben wir beispielsweise noch eins, was Glühbirnen bringt. Das hat auch noch keine Items drin. Die sollen mal noch mit rein, die beiden. Und natürlich möchte ich keinen Kampf liegen, liebe Bente. Das muss doch nicht sein. Und auch hier haben wir noch mal ein Schiff, was diese zwei Items noch gut gebrauchen kann. Eieiei, die werden jetzt, die gehen jetzt hier aber ganz schnell weg, wenn wir hier auch auf unsere Erzrouten die geben, ne? Da müssen wir ja schon fast ein bisschen mehr aufpassen. Was haben wir hier geladen? Keine Ahnung. Bringen wir weg. Und hier sind die Bretter, diese Bretterroute. Die ist viel zu krass. Die brauchen wir gar nicht. Die ist eigentlich sehr, sehr irrelevant, aber wir lassen sie jetzt mal gerade noch ein bisschen weiterlaufen und gönnen uns mal kurz die Einwohneraufgabe hier, um die sicherzustellen. Komm schon. Jawohl, Wimmelbild. Fünf Schweine der Bäuerin. Eins. Zwei. Boah. Was für eine Distanz. Drei. Vier. Vier und fünf. Komm. Ja. Woll. Fünf Leute. Äh, fünf Schweine. Fünf Leute. In gewisser Hinsicht sind das ja auch Menschen, ne? Sagen wir mal nicht so. Okay, wie schaut's aus? Was ist meine Belohnung, liebe Bäuerin? Du hast doch wohl irgendwas für mich. Super. Fünf Wurst. Richtig gut. Aber wir haben einen neuen Besucher in Montpellier. Franke, der Modeguru. Beeinflusst Schneiderei. Statt Felle und Baumwollstoff verarbeitetes Gebäude Eisen und Wolle. Aha. Produziert gelegentlich extra Ponchos, Arbeitskleidung und Melonen. Interessant. Ha. Wie finde ich den? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich den finde. Aber. Wenn ich das richtig habe, ja, habe ich. Gibt's hier noch was? Beeinflusst Siegelschiffswerften. Verleiht die Möglichkeit, Folgendes zu bauen. Piratenfregatte. Ja, ganz nett. Ich denke aber nicht, dass wir groß mit Piratenfregatten gehen müssen. Und hatten wir hier jetzt auch noch einen Besucher? Nein. Nein. Aber unsere Weltausstellungen sind wahrscheinlich beide zu Ende. Und dann hoffen wir jetzt mal diese Sichel zu kriegen, die wir nicht kriegen. Aber wir haben einen Kippflug gekriegt für Getreidefarmen. Okay. Sagen wir auch nicht Nein zu. Und hier haben wir noch mal was für alle Eisenhütten und Schmieden. Das ist auch nicht schlecht. Aber wir gehen hier natürlich direkt noch einmal mit Bescheiden und sperren. Ich würde sagen, was sperren wir diesmal? Wir haben eigentlich nichts von denen. Okay, wir sperren die Trauben und dann müssen wir noch mal per Hand ein bisschen Schnaps rankarren. Beziehungsweise, wenn wir das jetzt öfter machen, dann sollten wir einfach Legends City noch mal ein bisschen mit auf diese Route paraten. Ähm, wo wir den Schnaps produzieren, äh, transportieren. Schnaps nach Plev's Residence ist es. Und dann packen wir hier noch Legends City als Zwischenstopp mit rein. Wo dann schon mal zweimal Schnaps ausgeladen werden soll. Ich denke, so passt das Ganze dann ganz gut. Und dann laden wir jetzt per Hand einfach dreimal Schnaps aus. Und dann kann dieses Schiff wieder auf die Route ganz normal und dann kann es weitergehen. Ja. Oh, wie viele Schiffe hier rumfahren. Unglaublich. Da noch irgendwie einen wirklichen Überblick zu behalten. Jui, 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 jui. Schwer. Wirklich, wirklich schwer. Wir wollten aber uns um die Produktion hier in der neuen Welt kümmern. Und unsere Zigarrenmanufakturen. Die Frage ist natürlich jetzt, haben wir hier noch bessere Items für? Das ist jetzt die große Frage. Für unsere Zigarrenmanufaktur über alle Inseln weg. Kann man, gut, und warum sind die jetzt alle doppelt? What? Was soll das denn? Okay. Liefert Elektrizität. Das bringt ja, glaube ich, hier unten nichts, oder? Wir können uns das gleich mal angucken, ob die verbessert werden. Die sollten wir auf jeden Fall drin behalten. Dann sollten wir auf jeden Fall auch den hier drin behalten. Und mit was gehen wir denn dann noch? Dann könnten wir eigentlich überlegen, ob wir da wirklich so ein Feras noch mit reinpacken. Den haben wir noch fünf Mal in Legends City liegen. Ja, würde ich sagen, gehen wir mit. Warum ist der jetzt doppelt hier? Warum sind die alle doppelt? Haben die da Quatsch gemacht? Sind die jetzt alle doppelt zu sehen immer? Ei, ei, ei. Da müssen sie aber noch mal ein bisschen hinterher patchen. Kann natürlich jetzt auch sein, dass es nur ein Fehler bei mir ist. Wobei ich überlege gerade. Wir können eigentlich auch diese Items hier so drin lassen. Also wir tauschen die jetzt einmal nur kurz in der Reihenfolge. Denn hier jetzt ein Feras, der bringt noch mal 15 Prozent extra. Spart uns dafür aber keine Arbeitskraft. Ich weiß nicht, ob das so das ist, was wir wirklich haben wollen. Wenn wir da mit gehen. Also ich denke, da gehen wir lieber den Weg. Warte mal, wenn wir jetzt noch hier uns. Vielleicht kriegen wir hier noch eine rein, wenn wir uns hier den Weg einsparen. Das wäre natürlich cool. Aber nein, da lässt sich das Ding leider nicht irgendwie beeinflussen. Okay, gut, dann müssen wir hier mit gehen. Was ich auch generell ganz gerne machen würde, ist hier halt auch noch Boosts drauf bauen. Dass wir hier die Stadt vielleicht noch mal so ein bisschen umbauen. Damit wir da einfach auch unsere 50 Prozent Arbeitskraft beispielsweise mitnehmen können. Warum werden die mir jetzt nicht angezeigt, ob die... Was ist denn hier gerade los? Muss ich die jetzt wieder selbst auswählen? Oder was ist jetzt gerade der Punkt da drin, dass mir nicht angezeigt wird, ob das in der Handelskammer ist? Jetzt wird es mir wieder angezeigt. Wunderbar. Okay, hier ist es in der Handelskammer. Wir kämen wahrscheinlich auch noch ein Stückchen nach... Obwohl, nee, da kommen wir wahrscheinlich tatsächlich nicht weiter nach außen. Eins, zwei, drei, vier. Den kriegen wir leider nicht mehr rein. Schade. Gucken wir mal kurz, wenn wir von der anderen Seite rangehen. Dann ist ab hier drin. Eins, zwei, drei, vier. Den einen, den kriegen wir noch hin. Vielleicht können wir uns damit sogar wirklich noch ein bisschen Platz sparen. Das wäre natürlich super. Weil wir können einfach mit dem Weg hier runter gehen. Dann legen wir hier unten auch die Schienen lang. Jetzt haben wir hier gerade dreigleisig. Das löst sich aber sofort wieder auf. Denn wir schieben dann unser Lagerhaus ein nach unten. Dann kriegen wir hier noch eins rein, was aber auch wieder nicht mit drin ist. Das heißt, hier kriegen wir nur vier auf die Seite. Dann würde ich das Ganze auch ein bisschen symmetrischer halten. So. Und dann kann hier weitergegangen werden. Okay, schade. Ich hätte gedacht, dass wir da vielleicht noch einen weiteren reinkriegen. Jetzt haben wir das Ding hier aber umgebaut. Jetzt machen wir es auch so. Und dann kriegen wir hier vielleicht noch ein ganz nettes. Ach, guck mal, hier würden wir noch ein Lagerhäuschen hinkriegen. Das wäre doch ganz nett hier, oder? Hier nochmal so ein weiteres Lagerhaus. Wobei wir hier dann auch wieder einen Block hätten, der nicht mehr von unserer Feuerwehr abgedeckt ist. Da müssen wir vielleicht gleich mal schauen. Aber was wir auf jeden Fall auch noch machen können, ist dann eben hier eine zweite Reihe noch hinkriegen. Die aber nur aus zwei weiteren besteht. Kriegen wir da nicht noch einen dritten rein? Komm schon, sei doch nicht so. Schade. Okay, gut. Dann kommen wir nur mit zwei weiteren hier rein. Vielleicht war das jetzt wieder dumm. Warte mal. Wir könnten, könnten wir mit denen noch jeweils einen nach oben. Da müsste ich jetzt aber mal gerade was ausprobieren. Wäre das möglich, wenn wir es wollen würden, hiermit jetzt einen nach oben zu gehen? Ja, ohne rauszukommen. Okay. Das ist eine Erkenntnis. Dann können wir hier nämlich sagen, wir gehen hier so und gehen dann hier den Weg und hier den Weg. Und dann, warte mal, ich positioniere die jetzt mal gerade noch mal einfach so. Dann können wir uns nämlich theoretisch, shit, jetzt hat er schon wieder die Zeitung veröffentlicht ohne uns, können wir uns den Weg theoretisch sparen. Können noch mal schauen, was wir hier reinkriegen. Drei, vier und dann kriegen wir wahrscheinlich trotzdem kein fünftes Herz hin irgendwie. Wenn wir hier noch mal ein bisschen rumschieben. Weil hier, das könnten wir ja theoretisch dann auch schon hier ran führen. Und könnten wir hier noch zwei nach unten. Es würde aber nur eins gehen vom Platz her. Ich nehme mal nicht an. Obwohl, doch, da könnte nur eins reinpassen. Nee, tut es aber nicht. Schade. Das ist aber eine ganz knappe Angelegenheit. Also das ist ja nur minimal mehr drin als das hier. Okay, gut. Aber wenn das Spiel das so möchte, dann gehen wir hier halt nur mit vier. Dann machen wir das Ganze, bauen wir es eben so auf. Aber vielleicht kriegen wir ja hier hinten jetzt einen mehr rein. Nee, aber der Weg platziert, der verändert sich ja jetzt gar nicht. Aber, oh, doch, wir kriegen wohl eine mehr rein. Denn wir können jetzt den hier machen. Können sagen, wir führen den Weg hier raus und dann hier entlang. Dann kommt hier einmal einer dran. Und dann bauen wir hier auf jeden Fall mal noch ein Lagerhaus hin. Und dann haben wir hier eben noch einen weiteren reingekriegt. Und somit haben wir jetzt vier, acht, zwölf, äh, 15 hier theoretisch drin. So, und in Crown Falls kriegen wir wieder jemanden für die Krankenhäuser, das wir bestimmt selten benutzen werden. Ähm, warum bin ich jetzt in die alte Welt gesprungen? Ich weiß, warum. Ich wollte hier mal ein paar Einwohnerbücher besorgen. Denn wir haben hier ja ein paar Rathaus-Items. Beispielsweise das hier. Nehmen wir, nehmen wir es direkt dreimal mit? Nee, wir, ich glaube, wir gehen zweimal jeweils. Und dann nehmen wir die von Malsching, die Leibeigenschaftsdinger nochmal mit und fahren das Ganze runter in die neue Welt und können dann da für fleißig was an Neuem sorgen. Was haben wir jetzt hier eröffnet? Ja, wunderbar, fortschrittliche Werkzeuge. Was wir aber am Cup komplett vernachlässigt haben, natürlich. Unsere Weltausstellung. Die ist nämlich auch fertig und kann entgegengenommen werden. Eine Kreissäge, ein Kippflug nochmal, cool. Und hier auch nochmal für die Bergminen eine Sicherheitsseilfahrt. Nehmen wir einfach mal mit so, ne? Nehmen wir gerne an und einfach mit. Okay, hier lassen wir jetzt die Trauben mal sein und hoffen dann, dass wir so auf die fortschrittlichen Werkzeuge kommen, während wir hier weiter umbauen. Wir gehen zurück in die neue Welt. Das hier ist theoretisch jetzt alles angebracht, bis auf hier dieses. Das ist noch nicht angeschlossen. Und hier haben wir keine Straßenverbindungen mehr, die wir jetzt nochmal kurz herstellen. Die ist noch essentiell. Okay, dann könnten wir hier jetzt noch hier eine Verbindung schaffen. Und hier könnten wir auch nochmal eine Verbindung schaffen. Machen wir es so und machen wir es so. Dann sieht das ein bisschen passender aus. Reißen wir hier nochmal ab und stellen hier erstmal eine normale Verbindung wieder her, bevor wir das alles gleich mit Stein noch ausbessern. So, und dann müssen wir hier natürlich nochmal dran denken, hier vielleicht auch noch ein weiteres Lagerhäuschen hinzubauen. Hier haben wir noch eins. Wobei, ob das reichen wird, ist dann auch nochmal die Frage. Was wir hier aber auch noch mitnehmen sollten, was wir bisher jetzt noch nicht groß bedacht haben, hier nochmal abreißen. Wir hätten das jetzt auch einfach mal mit Stein machen sollen, ist hier eine Polizeistation mitzunehmen. Die passt hier jetzt eigentlich wunderschön rein. Und hier hinten haben wir eine Feuerwehr, da haben wir eine Feuerwehr. Also alle Gebäude sind auf jeden Fall erreichbar. Das ist ja das Wichtige. Jetzt müssen wir halt mit unserer Lagerhausverteilung hier mal ein bisschen schauen, wie wir damit jetzt umgehen. Denn das hier ist jetzt einfach nur ein großes Durcheinander bisher. So vielleicht. Und dann könnten wir hier oben noch eine weitere Handelskammer hinbauen, wo wir dann unsere Produktionen an Dings hinbauen. An, na, wie heißt es denn jetzt? An Tabak, an Tabak. Unsere Tabakproduktionen kommen dann dahin. Okay. So, und hier hinten würde ich, wie gesagt, gerne ein bisschen umbauen, dass wir hier uns die Stadt ein bisschen besser erschließen, indem wir da eben mit wirklichen Items dann auch arbeiten jetzt gleich in dieser Stadt, damit wir da einfach die zusätzliche Baugelände blockiert. Skandal. Damit wir dann zusätzliche Arbeitskraft auch einfach noch mitnehmen. Das heißt, Plan ist jetzt erst mal hier ein Rathaus hinzusetzen, wo wir möglichst gut eins hinkriegen. Also irgendwo hier, wo die Feuerwehrstation gerade noch ist. Aber ich sehe gerade schon, wir sind auch schon wieder gut in der Zeit vorgeschritten. Und das ist schon wieder ein bisschen eher mein Tempo, was ich hier auch gut finde, bezüglich dem, was wir hier machen. Wir gehen noch ein bisschen mehr nach da. Dann können wir hier theoretisch noch mal Felder durchkriegen. Eins, zwei, vielleicht gehen wir so lieber. Und dann werden wir hier drum in der nächsten Folge das aufbauen. Wir haben uns ein bisschen um die Zigarrenproduktion dieses Mal gekümmert. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr generell sagt, ob ihr dieses schnellere Tempo vom letzten Mal lieber mögt oder das Tempo, was wir heute an den Tag gelegt haben. Würde mich sehr, sehr interessieren. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Part Anno 1800. Bis dann. Ciao. Ciao.